Neu von Kaufstar. Die CoffeeMax Keramik Plus. Die Kaffeemaschine mit Kanne im Pünktchendekor. Kaffeekannen müssen nicht immer aus schlichtem Edelstahl oder Kunststoff sein. Hier ist der Beweis. Die CoffeeMax Keramik Plus im Pünktchendekor. Dekorativ und praktisch. Hergestellt aus Keramik. Dem Hightech-Material aus der Raumfahrt. Die Keramikkanne im Pünktchendekor gibt jeder Kaffeetafel eine stilvolle und fröhliche Note. Den frisch gebrühten Kaffee können Sie direkt auf den Tisch stellen. Und der Permanentfilter erspart Ihnen die lästige Suche nach der passenden Papierfiltergröße. Natürlich hat die Kaffeemaschine auch eine Abschaltautomatik. Und die Keramikkanne einen Tropfstopp. CoffeeMax Keramik Plus. Die Kaffeemaschine mit Kanne im Pünktchendekor. In den beliebten Farben Rot und Blau. Hier erhältlich.